so wer ist denn jetzt dran hier macht der sonny ich sitze gleich daneben und schieße auch noch mal drauf daneben wie kannst du nur auf Das gibt es echt nicht. Ja, ne, ist klar, der Sunny liegt am Boden. Ist klar, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? So, und wer rettet ihn jetzt? Weil Medikit rechts heilt nicht. Na super. Wir haben nichts da, um ihnen zu helfen. Geh zum Angriff über. Neutralisiert. Haben wir ihm jetzt geholfen? Das wär jetzt geil. Wenn wir ihm jetzt trotz allem helfen konnten, gehen wir in 3 Deckung. Ich glaube das ist sicherer. So, du bleibst auch mal in Deckung. Du lädst mal nach. Und Pandaman geht hier in Deckung und lädt auch mal nach. Ich glaube er bleibt da jetzt liegen für die restliche Zeit. Kann wiederbelebt werden? Wer kann den wiederbeleben? Er selber. Ich weiß jetzt nicht was damit passiert, wenn wir das nicht hinkriegen im Gefecht. Er ist zwar stabilisiert, aber wirklich was hinkriegen tun wir ja nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na, ich hoffe der Holy Moly überlebt ist. Aber wir können ihn wiederbeleben. Von daher denke ich schon. Gutmöglich dabei spiele ich gerade Minecraft. Was? So, Mr. Banger kriegt... Verwundet ist er ja. Verwundet. Schwerverwundet sogar. Und Mr. Banger wird zum Major. Jawoll! Das hatten wir vorhin schon den Erfolg. Aber na gut. Man kann ihn ja trotzdem feiern. So, wartet. Jetzt speichere ich mal. Boah, das ist ja heute wieder aufregend. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich frage mich, warum alle Speicherungen 2015 immer sind. Weil wir sind ja schon im Jahr 2018. Ich glaube 2015 ist das Spiel rausgekommen. Gott, dann besitze ich es ja schon drei Jahre. Und habe es bis heute nicht durchgespielt. Das wäre ja traurig. Sind die Satelliten eigentlich schon fertig? Ne, ne? Ne, Satelliten sind noch nicht fertig. Okay, schade. Das Ingenieurteam macht gerade Versuche, die Störungen verursachen könnten. Ich wandle das Personal sicherheitshalber vor. Okay, tut das. Na, damit können wir aber keine Lurwehren kaufen hier. Mit den paar Peanuts. Äh. Was wir allerdings können. Ist einmal speichern natürlich. Und wir könnten mal. Ne, das mache ich gleich beim nächsten Einsatz. Neue Forschung braucht das Land. Jawoll, da haben wir das Teil. Schwere Laser. Oh, schwerer Laser. Der ist auch gut. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Da waren wir gerade. Ne, ich sagte, ich wollte eigentlich hierher. Wir haben einen offenen Auftrag. Okay. So, warte. China hat gut bezahlt. Die kriegen den Satelliten. Wenn ich China jetzt nochmal anklicken, kann ich ihn noch nur einschicken. So, Indien hatte Scheiße bezahlt. Kanada hat relativ gut bezahlt. Komm, wir schicken einen nach Kanada. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Wow, wir kriegen jetzt noch weniger Geld rein als vorher. Oder was? 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 Okay. Ellen-Legierung. Schon wieder. Okay, machen wir mal. Gucken wir mal. 183. Wir kriegen noch was auf dem Schwarzmarkt los. Schweberleichen. Warte, dünne Männer. Das ist nichts. Illyrium. Da kriegen wir Energie ohne Ende daraus. Regierung brauchen wir auch. Waffenfragmente. Aber ich glaube, die brauchen wir, um Waffen herzustellen. Jetzt haben wir auch mehr als genug Geld. So, und zwar will ich jetzt bei der Offiziersschule eisernen Villen wiederherstellen. So, stirbt mir nicht weg. Oh ja, das bräuchten wir auch unbedingt. Das wäre von Vorteil, wenn unsere Soldaten nicht so schnell wegsterben würden. Gut, ich werde mal ganz kurz aufs Handy schauen, weil ihr habt ja selbst gehört, das Miauen, das ist immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. So. Mach ich. Okay, Liselein. Aber wo bist du? Wo steckst 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 du? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, den holen wir uns, oder? Den Schlafschützen, den holen wir da raus. Oh, ist ja schon 18 Uhr. So, meine Güte, wie die Zeit verrennt. So, dann würde ich sagen, ach nee, warte mal, bearbeiten wollten wir ja. Und zwar die Bewaffnung. Ach du Schreck. Dass es der Holy geschafft hat, das wundert mich sogar ein bisschen. So, kriegst du auch Laser. Äh, warte mal, Bewaffnung. Drei Midi-Packs, das sieht gut aus. So, Bewaffnung, du kriegst erstmal das gute Stück. Du kriegst einmal den Streulaser, ne, lieber Dragon Empire. Und das behältst du, okay. So, Snoopy, Bewaffnung. Das hat sie schon. Da müssen wir noch entwickeln, etc. Ein Midi-Kit. Okay. Akaria. Ich glaub, du kriegst eine neue Waffe. Mit der wirst du viel Spaß haben. So, Dede. Mr. Bang. Oha, der hat auch noch die alte Rüstung an. So, und sieh hier nochmal Bewaffnung. Die Rüstung hat sie schon. Das Lasergewehr bekommt sie. Und dann würde ich sagen, ab die Post. Allerdings, ich würde gerne Feuer speichern. Ja, ihr wisst, gebranntes Kind scheut Feuer und so, ne. Also, tut mir auch leid, aber das Spiel ist vorhin auch schon abgestürzt. Deswegen würde ich ja sagen, ne, warte mal, vier Wissenschaftler, wo war das jetzt? Moskau, Russland? Genau. Ha, ich war heute sogar noch im russischen Laden. So, jetzt aber. Da könnte ich mir ja gleich noch was holen. Und zwar die leckeren Teile aus Polen. So. Zwar sagte meine Liebste, ich soll es nicht so übertreiben mit dem Schnuckis, aber naja, ab und zu darf man da doch auch mal sündigen. So. Vor allem, wenn es so spannend ist. Jupp. Machen wir. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten ihre Befehle. Roger Big Sky. Wir empfangen sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. So, ich habe mal weggeknistert. Habt ihr bestimmt schon gehört. Mh. Leckere Glee-Brucht-Mix. So. 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 So.